Heu für die Entfeuchtertrocknung kann selbstverständlich auch als Rundballen getrocknet werden. Eine derartige Anlage für Rundballen bis zu 900 Kilo Rohgewicht arbeitet in Seekirchen bei Salzburg. Die Vorteile dieser Erntevariante lassen sich somit mit den Vorzügen der Entfeuchtertrocknung optimal kombinieren. Es gilt, egal für welches Ernteverfahren, je kürzer die Trocknungszeit, desto besser ist die Futterqualität. Wir erreichen heute mit gutem getrockneten Heu einen Futterwert, ausgedrückt etwa in Nettoenergie-Laktation von über 6 Megajoule pro Kilogramm Trockensubstanz. Das sind Werte, die nicht wesentlich geringer sind als der Futterwert im noch stehenden grünen Futter. Wichtig ist also eine rasche Trocknung ohne Schimmelbildung und das ist in erster Linie nur möglich bei unterschiedlichen Wetterverhältnissen durch eine Entfeuchtertrocknung. Für Rundballen ist eine rasche Trocknung besonders wichtig. 24 Stunden im Durchschnitt ist die Anlage eingeschaltet, dann haben die Ballen ihren idealen Trocknungsgrad erreicht. Spannend wird es bei der Ermittlung der Energiekosten. Umso erfreulicher ist das Resultat, egal ob für die Trocknungsbox oder Rundballenvariante. Es gibt Werte, erst in letzter Zeit wirklich präzise Werte für verschiedene Trocknungsvarianten. Die Belüftungsanlage, die Sie jetzt hier sehen, zeichnet sich durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch und in der Folge niedrige Trocknungskosten pro Kilogramm Heu aus. Die Trocknungskosten liegen bei dieser Anlage etwa im Bereich von 0,7 bis 1,5 Cent pro Kilogramm Heu. Nun ist es Zeit, die Anlagen einzuschalten. Wie lange sie laufen, hängt schlussendlich vom Feuchtigkeitsgrad des Heus ab. Sicher ist jedoch, dass mit dieser Methode auch vom letzten Schnitt einwandfreies und nährstoffreiches Heu gewonnen wird. Die Milchkühe freuen sich jetzt schon darauf.